Hallo liebe WoW-Freunde, hier ist der Kabasch und ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem kleinen Kozumut der Hungernde Guide und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr die hungernden Kugeln sammeln könnt, um die dazugehörige World Quest freizuschalten. Dazu solltet ihr einige Vorkehrungen treffen, insbesondere ein Unsichtbarkeitstrank ist sehr sinnvoll und auf der anderen Seite natürlich eine Möglichkeit über das Wasser zu laufen und gegebenenfalls länger unter Wasser zu atmen. Denn das Einsammeln der hungernden Kugeln und das sind insgesamt zehn Stück ist besonders aufwendig und zeitraubend, da könnt ihr euch auf jeden Fall darauf einstellen, relativ viel Zeit einzuplanen. Unsere erste Reise führt uns aber zur verheerten Küste zu Dracthul. Dieser befindet sich hier im Süden bzw. im Südwesten und steht dort ja in so einer kleinen Nische. Diesen können wir ansprechen und genau das tun wir auch. Wir sprechen ihn so lange an, bis er eben keine Dialogoptionen mehr für uns zur Verfügung hat und dann geht unsere Reise weiter. Wichtig dabei, klickt ihn immer wieder erneut an, denn die Dialogoptionen erscheinen nicht alle sofort. Sobald Dracthul eben die Klappe hält und nichts mehr uns zu sagen hatte, geht unsere Reise hier unten weiter. Wir bleiben bei der verheerten Küste, müssen uns jetzt aber ein bisschen zentraler positionieren, denn dort befindet sich eine Höhle, in der wir ein verwittertes Relikt finden müssen. Hier haben wir natürlich auch nochmal die Koordinaten für euch und genauso unten in der Videobeschreibung unseren ausführlichen Guide. Dort könnt ihr alle einzelnen Position noch einmal nachschauen. Vor dieser Höhle angekommen gibt es zwei Zustände, nämlich entweder ist diese offen oder versperrt mit Steinen. Sollte die mit Steinen versperrt sein, dann schnappt euch hier einfach einen dieser größeren Dämonen von der brennenden Legion, zieht ihr hierhin, lasst euch besiegen, lauft dann mit eurem Geist in die Höhle hinein, belebt euch dort wieder und sammelt das verwitterte Relikt ein. Dieses befindet sich ganz am Ende der Höhle, hier ist es tatsächlich relativ dunkel, ihr solltet also genau auf den Boden schauen und mit der Maus ein bisschen das Ganze abtasten. In der Nähe dieser, ja, Rippenknochen der gigantischen Wesen, die ja einst lebten, kann man sagen, befindet sich dieses und dann geht unsere Reise auch schon wieder zurück zu Draktul, denn dieser wollte ja, dass wir das Ganze erledigen und auch hier geht es jetzt wieder darum, ihn so häufig anzusprechen wie möglich, bis er eben keine Dialogoptionen für uns mehr zur Verfügung hat. Und erst jetzt geht die eigentliche Reise und das Sammeln der hungernden Kugeln richtig los. Dabei muss man sagen, dass es sehr wichtig ist, dass ihr eben die Reihenfolge einhaltet und diese nach und nach einsammelt. Unsere erste Position, die wir beziehen müssen, befindet sich in Asuna relativ zentral gelegen und wie bei vielen anderen Punkten auch, befindet sich diese Kugel in einer Höhle, die sehr schlecht einsehbar ist. Man muss also wirklich genau in diesen Busch hineinspringen, um die Position zu erkennen. Aktuell ist es auch noch so, dass nur ein Spieler diese Kugel immer anklicken kann und es dann einen Respawn Timer von 50 Minuten gibt. Die Entwickler haben aber bereits angekündigt, dass ein Hotfix in Arbeit ist, der dieses Problem löst, sodass mehrere Spieler gleichzeitig diese Kugel anklicken können ohne die 50 Minuten Wartezeit. Wenn ihr also die erste Kugel angeklickt habt, dann geht eure Reise weiter natürlich zur zweiten Kugel und hier müssen wir jetzt nach Suramar reisen. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass ihr die World Quest insgesamt freigeschaltet haben solltet und natürlich auch die entsprechenden Möglichkeiten, die Gebiete zu besuchen. In Suramar steigen wir jetzt hier den Berg hinauf und halten uns rechts und hier benötigen wir dann unseren Unsichtbarkeitstrank, denn in dieser Höhle befindet sich ein Gegner mit über 80 Millionen Lebenspunkten, der auf jeden Fall alleine nicht bekämpfbar ist und dementsprechend wir uns einfach unsichtbar machen. Charaktere wie zum Beispiel der Magier hat es da einfacher, der kann das Ganze ohne Trank machen und hinten in der Höhle, dort befindet sich dann die zweite hungernde Kugel, sehr gut sichtbar. Insgesamt kann man sagen, dass wir im Zuge der Freischaltung der speziellen World Quest sehr, sehr viel herumreisen und das ist auch wichtig für diese World Quest, denn wir bekommen nur über diese am Ende das Reittier bzw. das dazugehörige Haustier. Unser dritter Punkt befindet sich in Walchara und zwar ziemlich im Süden. Auch hier haben wir wieder eine sehr versteckte Höhle, in der ein kleiner Gast auf uns wartet, nämlich ein Arcana, ja Mana-Wüter kann man sagen. Dieser hat einen Arcana-Beschuss, den ihr sofort unterbrechen solltet, der sehr viel Schaden zufügt und euch auf jeden Fall tötet, wenn ihr nicht dagegen vorgeht. Die Lebenspunkte von diesem Gegner sind aber überschaubar, das sollte eigentlich kein Problem für euch darstellen, dass ihr diesen besiegen könnt. Auf der anderen Seite könnt ihr hier natürlich auch wieder mit der Unsichtbarkeit vorangehen und das Ganze ja ein bisschen heimlicher machen. Unsere nächste Reise führt uns wieder zurück zur verhärten Küste. Man merkt schon, die Gebietswechsel sind sehr deutlich und teilweise sehr weit und hier müssen wir uns jetzt unter Wasser begeben, nämlich vor der Küste in der Nähe von dem Versteck von Draktul müssen wir tauchen und zwar ein ziemlich langes Stück. Dabei ist uns ein wenig die Erschöpfung im Wege, nicht mal unbedingt der Atem unter Wasser, aber die Erschöpfung, die eben ja gegen uns spielt. Hier müssen wir relativ schnell unten in diese Höhle hineinschwimmen, denn ansonsten bekommen wir den Schaden von der Erschöpfung und der könnte uns unter Umständen dahin raffen. Wir sehen das jetzt gleich hier sehr gut neben meiner Namensplakette, dass die Erschöpfungsanzeige hier sehr nach unten schnellt und nur noch wenige Sekunden wirklich für mich möglich waren. Man kann da natürlich noch ein bisschen gegenarbeiten mit hilfreichen defensiven Cooldowns, dass der Schaden verringert wird, dass man noch einige Sekunden rausholt, aber es war hier tatsächlich schon höchste Eisenbahn, dass man in diese Höhle hineinkommt. In der Höhle angekommen befindet sich ja ein kleiner Unterschlupf, kann man sagen, ein kleiner Verschlag oder ein kleines Zelt, wie man es auch immer nennen möchte und dort befindet sich dann auch die hungernde Kugel, welche wir eben benötigen zur Freischaltung der World Quest. Sobald wir hier fertig sind, müssen wir uns wieder nach Asuna begeben und ich kann bereits sagen, das ist nicht das letzte Mal, dass wir uns nach Asuna begeben, denn dort befinden sich insgesamt drei hungernde Kugeln. Jetzt müssen wir aber in den Norden von Asuna, nämlich in dieses lila Gebiet mit den vielen Kristallen und hier versteckt zwischen den Kristallen befindet sich ein Höhleneingang. Die Kugel dort unten zu finden ist relativ einfach, da stellt sich euch niemand entgegen, allerdings vor der Höhle ist häufiger ein seltener Gegner anzufinden inklusive Portal, aus dem noch mehrere Gegner herauskommen. Hier müsst ihr also gegebenenfalls euch zu Wehr setzen, falls ihr es nicht schafft, diese nicht zu pullen. Sobald dies erledigt ist, kommen wir jetzt zur sechsten Kugel und diese ist tatsächlich ein bisschen speziell, denn sie befindet sich vom Gebiet her außerhalb der Welt, der eigentlichen Gebietskarte von Sturmheim. Trotzdem müssen wir dort weit in den Norden reisen, oberhalb der nördlichsten Inseln und zwar zu diesem Monument, welches ja zum größten Teil sich unter Wasser befindet und wenn wir dort hineintauchen, sehen wir einen neutralen Hai und unter diesem großen neutralen Hai befindet sich der Höhleneingang. Das Problem hierbei ist, dass nicht nur Spieler vom eigenen Realm Pool zu finden sind, sondern Spieler von allen Servern. Also es gibt viele, viele verschiedene Server, die hier zusammenkommen und viele Spieler, die eben zusammen in dieser Höhle hinein können. Derzeit ist das, wie gesagt, noch ein kleineres Problem mit der Respawn-Zeit. Was dann eben der kommende Hotfix, den die Entwickler angekündigt haben, bringen wird, bleibt abzuwarten, aber voraussichtlich wird es so sein, dass eben alle Spieler die Kugel anklicken können, vielleicht für einen begrenzten Zeitraum, aber auf jeden Fall, dass mehrere Spieler gleichzeitig mit der Kugel interagieren können. Neben anderen Mitspielern haben wir hier zudem auch noch die Problematik, dass wir hier diese Wassersäulen haben, die aus dem Boden hinaus schießen. Wenn ihr euch dort hineinstellt, dann erleidet ihr auf jeden Fall eine größere Menge Schaden. Da solltet ihr auf jeden Fall mit defensiven Cooldowns gegenarbeiten oder euch natürlich heilen oder im besten Fall natürlich nicht treffen lassen. Ausnahmsweise ist die Reise jetzt mal nicht so weit zum nächsten Gebiet, denn wir begeben uns in den Hochberg und dort haben wir nun die Möglichkeit, ja eine Höhle zu finden, die etwas versteckter ist und hierbei muss man sagen, dass ihr auf jeden Fall ja eine Möglichkeit parat haben solltet, um Fallschaden zu reduzieren oder einen Gleiter im Inventar zu haben, um eben den Vorsprung zu erreichen, den wir erreichen müssen, um zur hungernden Kugel zu gelangen. Wenn ihr von dem Flugpunkt in der Nähe in den Hexenwald lauft und euch deutlich rechts haltet, dann kommt ihr zu diesem Bergpass und dort die Möglichkeit, den Absprung zu wagen hinunter. In die ungewisse Tiefe kann man sagen, man erkennt diese Höhle sehr gut mit diesem kleinen Vordach. Dort müsst ihr eben hin und zum Beispiel mit langsam Fall oder Levitieren ist das kein Problem und ansonsten benutzt zum Beispiel Dinge wie den Goblin-Gleiter. Die Höhle an sich ist für uns aber relativ uninteressant, hier gibt es nichts, was jetzt von Belangen ist in Bezug auf die Freischaltung der Worldquest, sondern direkt daneben haben wir zwischen einem Busch eine kleine Felsspalte und dort drin befindet sich dann die nächste hungernde Kugel. Wie bereits angekündigt geht es jetzt wieder zurück nach Asuna und zwar zur dritten Kugel. Dieses Mal liegt diese aber deutlich zentraler, aber auch hier haben wir wieder das gleiche System wie bei vielen anderen Kugeln, dass das Ganze eben versteckt ist neben einem Baum oder unter einem Baum, noch besser gesagt, und einfach mit Büschen, ja im optischen Fall ihr diese nicht sehen könnt. Aber wenn ihr eben dort hineinplumpst, dann findet ihr hier unten relativ schnell die Kugel. Diese ist leicht versteckt unter diesen Palmwedeln beziehungsweise Fahnwedeln kann man sagen und dort könnt ihr diese dann einsammeln. Sobald ihr diese Kugel hier eingesammelt habt, geht unsere Reise weiter in den Südosten vom Auge von Asshara. Damit ist allerdings nicht die Instanz gemeint, sondern das uninstanzierte Gebiet. Dieses könnt ihr euch gleich auch merken und den dazugehörigen Flugpunkt am besten mitnehmen, denn später müssen wir hier sowieso wieder hin zurück, um die World Quest abzuschließen. Um aber nach Südosten zu gelangen, ist es auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn ihr eine Möglichkeit habt, um über das Wasser zu laufen. Auf der Insel selber erwarten euch nämlich auch viele, viele Gegner mit vielen, vielen Lebenspunkten und ihr müsst eben auch einiges an Entfernung zurücklegen, von der Küste entfernt, um unter Wasser dieses Schiff zu finden. Dort taucht ihr hinein und wählt dann den oberen Weg. Unten führt euch ja der Weg nur in die Irre. Hier solltet ihr auch zudem ein bisschen auf eure Atemluft aufpassen, denn wenn ihr euch zu sehr verirrt, dann wird diese auf jeden Fall knapp. Wenn ihr aber den oberen Weg, in Anführungszeichen, den oberen Weg nehmt, dann ist das Ganze hier ein kleines Kinderspiel. Ihr müsst natürlich wieder Ausschau halten nach dem Eingang in die dazugehörige Höhle und dort befinden sich dann genauso wie bei der Höhle in Sturmheim, beziehungsweise oberhalb von Sturmheim, wieder Spieler von allerhand anderen Servern. Auch hier haben wir wieder, wie bei der sechsten Kugel in Sturmheim, das gleiche Problem, dass dieses Gebiet, in dem wir uns hier befinden, nicht mehr wirklich zum Auge von Asshara dazu zählt, sondern quasi außerhalb von dem Gebiet liegt. Und die neue Technologie von Blizzard sorgt dafür, dass egal in welchem Gebiet wir uns befinden, wir immer andere Spieler sehen. Dies ist natürlich sehr nett, wenn zum Beispiel in Suramar zu wenige Spieler vom eigenen Server zu handen sind, aber auf der anderen Seite ist das hier ein klarer Nachteil. Wenn ihr diese Kugel eingesammelt habt und bis hierhin ist eure Reise wirklich schon sehr, sehr lang, dann geht es zur zehnten Kugel. Und die ist tatsächlich sehr einfach zu finden, denn der ein oder andere hat sie vielleicht schon entdeckt. Sie ist nämlich direkt hinter Dracctul. Sobald ihr also wieder zu dem grünen Ork zurückgekehrt seid, könnt ihr die Kugeln im Hintergrund bei ihm auf den Tisch aufsammeln und schaltet dadurch dann eben die World Quest frei. Zu dieser gibt es zum aktuellen Zeitpunkt, also Anfang September, kurz nach dem Legion Release, noch einige wenige Informationen, allerdings sind diese noch nicht unbedingt final. Man weiß, dass die World Quests sich abwechseln, man weiß allerdings nicht, ob jede Woche eine auftaucht, das bleibt noch abzuwarten. Es ist so, dass man für die World Quest entweder das Reittier oder das Haustier bekommt, je nachdem welche Belohnung dort angezeigt wird. Der Kampf gegen Kozumot selber findet übrigens auch im Auge von Ashara statt, natürlich im uninstanzierten Gebiet im Süden von Dalaran. Dieser Gegner ist ausgelegt für mindestens fünf Spieler, man sieht aber sehr gut, dass hier häufig auch viel mehr anzutreffen sind. Der Mob selber droppt allerdings eben keines der genannten Gegenstände, weder das Haustier noch das Reittier. Die Fähigkeiten von ihm sind auf jeden Fall sehr überschaubar. Da kann man nichts gegen sagen, er ist relativ einfach zu besiegen, er hat einfach nur ein paar mehr Lebenspunkte. Solltet ihr mit fünf Spielern hier antanzen, wäre es aber trotzdem sinnvoll, dass ihr eben einen Tank und einen Heiler dabei habt. An der Stelle noch einmal die Information, dass noch einige Anpassungen bei der Questreihe, Questreihe in Anführungszeichen, da man diese ja nicht im Questlog hat, vorgenommen werden können. Ein Hotfix wurde bereits angekündigt und deswegen schaut auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung nach. Dort findet ihr die schriftliche Zusammenfassung des Guides auch noch mal zum Nachlesen und Anschauen von allen verschiedenen Positionen, wo sich die Höhlen bzw. Eingänge befinden. Dort werden wir natürlich den Guide auch entsprechend aktualisieren, wenn es neue Informationen gibt. Ein Video kann man natürlich nicht alle drei Tage aktualisieren, trotzdem sollte euch das Ganze hier einen guten Überblick gegeben haben, wie denn das Ganze überhaupt funktioniert mit der Freischaltung der World Quest. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, euer Kabasch.